Ja, Reinhard, ich hoffe, du versammst heute nicht sie, gell? Ah, und nachdem wir auf der Getränkerückgabe waren, geht es dann wieder zurück. Ja, viel ist jetzt nicht übergeblieben. Ja, super, jetzt habe ich es geschafft, und den Borengropfen habe ich mir auch verdient. Ja, super, super, super. Ja, super, super. Ja, super, super. Ja, super, super. Ja, super, super.